Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir 5 Aktien von der 10x Watchlist. Kommen wir zu Mara und die Aktie schauen wir uns zuerst mal im Chartverlauf an, zurück bis zum Allzeithoch der Aktie. Natürlich im November 2021 zusammen mit dem Allzeithoch beim Bitcoin, damals hier bei 69.000 US-Dollar. Mara dann natürlich auch mit einem massiven Crash des Allzeithoch bei der Aktie. Sehen wir in etwa bei 83, 84 US-Dollar. Das Tief, was wir gesehen haben im Dezember 2022, war dann hier bei 3 US-Dollar. Und seitdem sehen wir auch natürlich volatil, aber im großen Bild einen herrlichen Aufwärtstrend aus steigenden Hochs und vor allen Dingen hier auch an der Unterseite steigenden Tiefs bei Mara. Zuletzt gab es eine sehr spannende Preissection, die wir uns jetzt gleich im Detail anschauen. Worum es mir jetzt hier im ersten Clip aber auch mal geht ist, der Bitcoin übergeordnet steht hier oben beim 78er Fibonacci. Jetzt bei 57.000 US-Dollar. Mara hingegen ist von der gesamten Downside hier noch nicht mal beim 38er Fibo angekommen. Natürlich, auf einen Miner muss man auch einen gewissen Risikoabschlag hier ganz klar mit einkalkulieren. Keine Frage, aber von der Arbitrage grundsätzlich her ist das hier schon noch ein gewaltiger Unterschied von dem Kurs, wo wir Mara aktuell sehen. Und dort, wo der Bitcoin bereitsteht, da braucht es jetzt noch ein bisschen mehr Hype, keine Frage. Und vor allen Dingen brauchen wir hier den Breakout aus dem wichtigen Level. Das ist hier die große Widerstandszone im Bereich 33, 34 US-Dollar. Hier auch auf der linken Seite des Top im März 2022. Aber dann kann Mara hier voll eintauchen in die Zielzone 38er bis 61er Fibonacci. Und die erstreckt sich dann eben hier von den 33, 34 US-Dollar rauf bis potenziell 50 US-Dollar. Hier muss man aber dazu sagen, da würde ich dann, falls das Ganze jetzt hier ein bisschen wild werden sollte, nach oben durchaus wieder ein Update bringen. Weil da müssen wir dann meiner Meinung nach Gewinne mitnehmen. Aktuell Aufwärtstrend intakt, herrliche Harmonic abgeschlossen. Higher Low auch im Chart, das schauen wir uns jetzt im nächsten Clip an. Und zwar ist das wieder ein Fall fürs Textbook Harmonics. Wir haben gestern schon darüber gesprochen bei LVMH. Das Gleiche oder was Ähnliches sehen wir jetzt hier bei Mara im Chart. X runter zum A, dann gab es die Rallye rauf aufs B, runter aufs C. Und jetzt entsprechend hier die Impulswelle mit dem Breakout aus dem Abwärtstrend. Das ist die Neckline-Dragon-Setup. Erster Fuß, zweiter Fuß, Doppelboden. Breakout ist in der Regel das Kaufsignal. Und vor allen Dingen auch dann der Ausbruch aus dem Scheitelpunkt. Das ist dann hier letzten Endes der Bereich, wo die Aktie gerne dann zu squeezen beginnt. Im Rahmen von so einem Setup hat uns Perfektion hier gezeigt. Muss man wirklich sagen, ganz genau am 88er Fibonacci, dieses Dragon-Setups, dieser Harmonic, kam hier der Dip. Higher Low, das ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Im großen Bild von der Rallye sind wir dann hier reingelaufen. Genau in die Zielzone, haben hier eine kleine Kurslücke als Support genutzt. Klar, der starke Bitcoin schiebt jetzt natürlich hier an im Krypto-Aktien-Bereich. Und Mara hat hier sogar mit der heutigen Tageskerze ein neues Hoch abgeholt. Wir haben hier, wenn jetzt hier ein Top drauf sein sollte, eine bearische Divergenz. Keine Frage, deswegen muss Mara hier durchbrennen. Wir müssen hier ausbrechen, um hier wirklich auch wieder richtig Schwung und Momentum reinzubringen. Dann die Zielzone, vor allen Dingen aus dieser Harmonic, die bullische Zielzone hier oben. Wenn wir ausbrechen auf neue Hoch, sehen wir dann hier zwischen 127er Extension und der 161er Extension. Da sind die Kurse zwischen 35 und 41. Und damit wären wir eben mitten in der Zielzone, können dippen, um dann eben raufzugehen in den Bereich um die 50 US-Dollar. Gefällt mir gut, Mara. Und was wir eben jetzt nicht mehr sehen wollen, selbstredend, dieser Aufwärtstrend seit dem C, seit dem Ankerpunkt hier unten, der hier jetzt perfekt seine Berührungspunkte hat und seinen Winkel dadurch, den wollen wir nicht mehr brechen, würde der Aktie hier aber jetzt kurzfristig auch durchaus noch 12% Korrekturpotenzial einräumen. Unter 25 US-Dollar möchte ich Mara nicht sehen. Und dann bei weiterer Stärke, Target 35 bis potenziell, wenn es extrem werden sollte, 50 US-Dollar. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Novavax schauen wir uns für einen ganz kurzen Augenblick im großen Bild an, zurück bis 2008, 2009. Mir geht es um Folgendes, das ist eine der zyklischsten und volatilsten Aktien, die der Aktienmarkt zu bieten hat. Und wir haben diese Aktie jetzt zuletzt am Support auf dem Schirm gehabt. Hier muss ich dazu sagen, das ist eine Aktie, die ich sehr genau beobachte und die ich wirklich hier auch am Support auf dem Discord für die Mitglieder regelmäßig gepostet habe. Und wir haben hier wirklich, muss ich dazu sagen, mehr oder weniger auf den Cent auch den Boden getroffen. Was mich so fasziniert an der Novavax-Aktie ist, zum einen die hohe Shortquote und zum anderen aber diese brachialen Zyklen, die wir immer wieder gesehen haben. 1.400% vom Tief, hier war es ein Run um 1.200% vom Tief. Hier nach dem Corona-Tief haben wir natürlich alles getoppt, aber klar, eine Impfaktie im Rahmen eines brachialen Short-Squeezes und natürlich im Rahmen einer Pandemie. Das war der absolute perfekte Sturm. Hier gab es ein 75x vom Tief, mehr oder weniger, wenn man hier genau ankern würde, vermutlich sogar noch etwas mehr. Und jetzt sind wir eben von diesem Hoch hier komplett runtergekommen um 99% und die Aktie hat sich jetzt hier ein schönes Pattern aufgebaut. Ich muss dazu sagen, die Aktie habe ich bei mir im Depot liegen mit einer mittleren Position. Man braucht hier nicht übertreiben. Wenn das Ganze wirklich ausrasten sollte, dann reicht hier eine mittlere Position. Schaut euch die schöne Bodenbildung an und vor allen Dingen den Backtest, aber das gibt es jetzt im nächsten Clip. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie akkurat, muss man wirklich sagen, der Markt hier gearbeitet hat. Ihr habt da auf der linken Seite das Allzeittief von Novavax hier im November 2019 und das baut sich hier so ein bisschen stufenartig auf November. Dann haben wir hier ein Level im Januar. Dann gibt es hier nochmal das Tief im, mehr oder weniger, oder kurz vorm Corona-Crash, aber das hatte dann die Aktie eigentlich schon genutzt, um wirklich hier nach oben abzuheben, um wirklich zu fliegen. Und das war die Zone zwischen 3,99 und 3,50 Dollar. Und jetzt schauen wir uns das hier mal auf der rechten Seite an. Das war genau der Bereich, wo der Markt hier Support gefunden hat. Es gab hier auch ein herrliches Pattern im Chart. Wir haben uns hier tief zwischen dem 127er und dem 161er Extension Support geholt. Die B war eine 82er Retracement. Also hier waren tiefere Tiefs angezeigt und das Target eben hier im Bereich zwischen dem 127er und dem 141er. Aber was hier noch besser gepasst hat, war letzten Endes dann dieser Konter oder dieser Abwärtstrend, muss man sagen, hier überverkauft. Nochmal eine Novavax-Dip auf die Tiefs und danach entsprechend jetzt die Gegenbewegung, die sich in Gang setzt. Wir sehen jetzt hier auch von den Tiefs bereits ein Plus um 70 Prozent. Und wir sind jetzt angekommen in der wichtigen Zone zwischen 5,70 und 6,20 auf der linken Seite. Das ist hier eine Kurslücke. Ich bin gespannt, wie der Markt sich hier verhält. Wichtig drüber ist die 200-Tage-Linie. Wir wissen, wie das mit Stonks ist. Nimm die 200-Tage-Linie raus und dann verliert der Markt erstmal die Kontrolle über so eine Aktie. Also diese Bewegung, wenn wir die bekommen sollten, jetzt bei Novavax der Breakout aus den 6,30 und dann auch über die 200-Tage-Linie raus. Von der Tagelinie. Dann rechne ich damit, dass wir hier in dem Bereich an die 10 US-Dollar ranlaufen können. Darüber kann es dann komplett eskalieren. Wichtig, hier ein sehr, sehr spannender Titel. Meiner Meinung nach sicherlich auch fundamental, extrem schwer. Auch das eine Aktie, wo übergeordnet das Thema Insolvenz im Raum stand. Aber das kennen wir auch von Carvana. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Aktie schauen wir uns ja auch noch gleich an. Und hier auch wirklich nochmal die Einladung kommt auf den Discord. 4,99 Euro im Monat. Nicht nur die Chats mit über 600 aktiven Mitgliedern, sondern eben auch die täglichen Analysen. Und ich kann natürlich dann hier auch entsprechend von Intraday-Updates herrlich auf solche Entwicklungen eingehen. Kommt auf den Discord alle Analysen von mir direkt auf dein Handy. Und zur Preis-Action hier lokal natürlich auch noch ein paar Worte. Wir sind ausgebrochen jetzt aus diesem letzten Abverkauf. Und damit können wir uns jetzt natürlich hier auch diese letzte Downside abmessen mit dem Fibonacci-Tool. Wir sehen aus dem 23er, brech mal aus. Interessanterweise ist jetzt hier auch genau das 38er der Downside in dieser wichtigen Zone, die wir auf dem Schirm haben. Drüber ist dann entsprechend die Golden Zone. Hier sehen wir dann 50er, 61er, Fibu bei 77 bis 97. Und das 78er, 88er geht dann hier oben in den Bereich 9 bis 10 US-Dollar. Was wir aktuell noch erwarten können, ist ein Dip bei Novavax. Jederzeit nochmal runter auf diesen Aufwärtstrend. Aber das ist mir wichtig nach so einem potenziellen Boden. Und dieser erste Aufwärtstrend, der soll dann durchaus mal halten, bis wir hier wirklich massiv Abstand gewinnen zum Tief. Hier kannst du nochmal schärfer dippen. Und wenn wir Bullish quasi die 5,70 bis 6,20 dann testen sollten, diese Zone, was wir eben hier auch gerade angesprochen hatten, über der 200-Tage-Linie, dann kann es mittel- bis langfristig hier richtig eskalieren. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Zoom schauen wir uns zuerst mal im gesamten Chartverlauf an. Wir wissen, das war eine der Aktien, die im Rahmen des Corona-Meltups am extremsten performt hat. Natürlich aber auch eine Aktie, der alles damals in die Karten gespielt hat. Und das muss man hier auf dem Schirm haben. Das war eine Rallye von knapp 900 Prozent. Was mich aber an dem Chart von Zoom aktuell durchaus ein bisschen fasziniert, muss ich sagen. Und was aber auch extrem wichtig ist, keine Levels drunter. Das ist hier dieser fast schon penetrante Backtest von diesen Allzeittiefs. Direkt kurz nach dem IPO oder am Tag des IPOs gab es hier Levels im Bereich von 60 US-Dollar. Da gab es einen leichten Tipp drunter am 30. Oktober am Tief, letztes Jahr im Markt. Danach hier eine brachiale, v-förmige Holung. Und man sieht schon, das ist ein magisches Level hier unten. Aber jetzt sind wir wieder angekommen gewesen an dem Level und das ist extrem wichtig. Hier ist nämlich grundsätzlich noch ein bisschen Fleisch am Knochen. Eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden US-Dollar. Kursumsatz 3,8 KGV 32. Das ist jetzt nichts, was extrem überbewertet ist. Aber wenn man quasi hier diese Allzeittiefs brechen sollte, dann dürfen wir uns nicht überraschen, wenn wir jetzt hier nochmal die letzte Rallye uns abmessen. Wenn so eine Zoom dann eben nochmal nach unten abhaut in Richtung 54, potenziell 42 US-Dollar. Und im Bereich der Allzeittiefs wäre dann natürlich auch eine gewisse Preis-Discovery möglich. Also, dass der Markt dann wirklich mal nach unten so ein bisschen ausschlägt und schaut, alles klar, wo kommen denn die großen Käufer. Also wichtig, das gilt langfristig für Zoom. Wenn wir hier irgendwie sowas wie Bullish sein sollen auf die Aktie und hier diesen Support wirklich kaufen. Deutlicher geht es nicht. Kaufe Support. Der Bereich zwischen 60 und 58 US-Dollar ist der Support für die Aktie seit Beginn dieses Charts. Dann wollen wir hier absolut langfristig keine neuen Allzeittiefs sehen bei Zoom. Wir haben es jetzt schon ein bisschen gesehen mit den Earnings. Da hat es kurz gezuckt bei der Aktie. 23% Beat beim Earnings per Share Umsatz in etwa im Rahmen der Erwartungen. Da springt so eine Aktie dann gleich mal nach oben um 7 bis 10%. Jetzt nichts, was uns auch wirklich begeistert. Vor allen Dingen, wenn wir andere Shortsqueezes sehen. Aber für mich ein Titel, den ich auch bei mir im Risikobereich vom Depot mal liegen habe. Hier immer wieder mal im Rahmen der Supports eine kleine Tranche eingesammelt habe. Muss aber auch dazu sagen, das ist hier für mich jetzt keine große Position. Und die Hoffnungen sind jetzt auch nicht maximal, dass wir hier wirklich einen gigantischen Shortsqueeze erleben. Aber ich habe sie für euch mit dabei im Video, weil sie meiner Meinung nach in so eine Kategorie Aktien, die sich potenziell verdoppeln könnten, eben auch reinpasst. Hier durchaus entsprechend Support bei Zoom. Sind wir aktuell nicht mehr dran, dürfen uns auch nichts vormachen. Und im großen Bild ist das hier übergeordnet. Einfach nur eine Range, aus der wir ausbrechen müssten. Da bräuchte es dann Kurse bei Zoom deutlich über 78 bis 80 US-Dollar. Ist für mich eher ein Titel, den ich eben bei Schwäche in den letzten Monaten immer mal wieder ein bisschen eingesammelt habe, um mich hier am Support mal reinzusetzen und einfach mal schauen, was passiert. Wird hier aber vermutlich, auch wenn es nur eine kleine Position ist, die Reißleine ziehen, falls Zoom wirklich Allzeit-Tiefs macht. Also wenn wir hier wirklich einen bestätigten Breakdown bekommen unter die 58 US-Dollar. Hims schauen wir uns im etwas größeren Chartverlauf an. An der linken Seite seht ihr den Bereich vom Oktober 2020, die 12,45 Dollar. Wir hatten Hims gestern auch in der Detailanalyse. Schaut ihr gerne das Video von gestern an. Es ging darum, dass die Earnings anstehen und Hims hier nicht mehr diesen Aufwärtstrend brechen sollte. Und vor allen Dingen, falls wir Bullish aus diesem Rising Wedge ausbrechen, dann kann es hier einen Short Squeeze geben. Vor allen Dingen, weil wir eben jetzt deutlich über die 10 US-Dollar ausgebrochen sind. Und Hims kam ja ursprünglich als SPAC an die Börse. Also wir haben jetzt hier nicht nur den SPAC-Preis zurückerobert, sondern sehen hier auch einen absoluten Short Squeeze. Aktuell im Plus von 34% bei Hims. Und damit jetzt auch neue 52 Wochenhochs. Wir sind also hier aus dem 78er, 88er FIBO ausgebrochen. Auch wunderbar. Schaut euch das technisch für einen Moment an. Es gab einen Dip, einen massiven Squeeze nach oben, ein Gap nach oben. Wir sind nach unten nochmal runtergekommen. Und was haben wir angetestet? Genau das 88er FIBO von diesem Rücksetzer als Support. Herrlich. Und damit war die Bestätigung drauf. Die Bären haben jetzt hier erstmal keine Chance. Und die Aktie konnte nach oben durchmarschieren. Wo sind wir jetzt angekommen? Und das ist wichtig. Das sind auch Levels, worüber wir gestern bereits gesprochen hatten. Wir sind jetzt hier von der gesamten Downside der Aktie am 50er Fibonacci angekommen. Also selbstredend, wir springen hier jetzt definitiv nicht mehr hinterher. Da hatten die Aktie ursprünglich mal hier unten mit dem Breakout aus dem Abwärtstrend auf der Longseite auch in den Videos mit dabei. Was jetzt hier jederzeit kommen kann und was jetzt hier extrem bullisch wäre, muss ich ganz klar dazu sagen. Dieses Level von 12,45 Dollar, von 12,40 Dollar war hier nochmal Widerstand. Da sind wir jetzt drüber. Aber die Aktie sollte meiner Meinung nach jetzt hier am 50er mal durchatmen. Das ist jetzt hier auch der Beginn der Zielzone von dieser Korrektur. Hier ist auch das 127er Extension, 141er, hier oben 161er und danach das 61er und 65er Fibonacci der gesamten Downside. Das ist mein mittelfristiges Target für die Hims & Hearst Aktie hier im Bereich 16,50 bis 17,50. Was mir jetzt aber auf dem Weg dorthin, muss ich wirklich sagen, extrem gut gefallen würde. Komm hier mal ein bisschen runter, teste die 12,50 als Support. Möglicherweise sogar nochmal ganz runter. Hol dir irgendwo nochmal eine Berührung ab von diesem Trend. Das könnte man dann vermutlich nochmal kaufen. Ansonsten, wenn der Markt jetzt hier wirklich die Kontrolle, wenn die Lehrverkäufer jetzt hier die Kontrolle verlieren sollten und die Aktie bricht uns auch über die 14, 14,20 hier oben aus, eben dann entsprechend durchs 127er in Richtung 141, 161 und dann im oberen Bereich dieser Zielzone. Da müssen wir sie laufen lassen, dann haben wir sie bestenfalls im Depot und eben auf dem Weg hier oben Gewinne mit. Ansonsten kann man sich natürlich dieses Level jetzt hier auch anschauen, wer hier extrem investiert ist und jetzt wirklich hier auf dickstem Gewinnensitz kann natürlich hier ein bisschen was rausnehmen in Spekulation auf diesen Dip, dass wir dann hier bei 12,50, möglicherweise bei 11,50 nochmal reinkommen. Aber ich muss ganz klar dazu sagen, ich habe ein bisschen was rausgenommen, bin aber wirklich relativ am Support reingekommen, in die Aktie habe ich jetzt ein bisschen was rausgenommen. Lass den Rest aber definitiv laufen, weil man natürlich schon sagen muss, auch die übergeordnete Struktur bei HIMSS gefällt mir gut. Steigende Tiefs seit dem Tief, was wir hier gesehen hatten, wunderbare Struktur. Jetzt hier der Breakout, das kann auch richtig nach oben eskalieren und das 78er, 88er Fibur zum Allzeithoch wären dann entsprechend hier oben die Bereiche zwischen 20,50 und 22,80. Was ich jetzt nicht mehr sehen möchte, muss ich dazu sagen, dieser Aufwärtstrend seit den Tiefs, der sollte jetzt hier wirklich intakt bleiben und das würde uns hier im erweiterten Umfeld keine Kurse mehr anzeigen. Bei HIMSS, muss man sagen, jetzt zurück in den einstelligen Bereich. Keine Kurse mehr unter 10 US-Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Willkommen zu Carvana und die Aktie macht richtig Spaß zurzeit. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, dass hier der extrem wichtige Widerstand auf dem Schirm zu haben ist zwischen den 57 und den 62 US-Dollar. Das war hier die ganze Zeit über der harte Widerstand für Carvana und das hat mit den Earnings dann geklappt. Die letzten Monate über sind wir immer wieder während der Preissection hier abgeprallt und dann braucht es eben dann auch mal sowas wie ein nachbörsliches Gap nach oben im Rahmen von Earnings, um dann hier so einen wichtigen Widerstand zu knacken. Nach wie vor eine sehr hohe Shortquote auch drauf bei Carvana und das sieht man jetzt auch. Die Verkäufer bekommen hier überhaupt keine Kontrolle mehr drüber und das ist auch das, worüber ich geredet habe. Über 58 bis 62, da knallt es, wenn wir hier mal irgendwo reingehen, ist die Aktie jetzt schon wieder 40% im Plus. Aber, und das ist jetzt wichtig, wer hier noch den großen Ten-Bagger sich erträumt, der muss wirklich auf dem Schirm haben, dass wir hier ein Allzeittief hatten bei 3,56 Dollar und dass die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein 22x ist für die genialen Köpfe, die hier unten sich in Position aufgeladen haben. Also hab solche Dinge auf dem Schirm. Klar, die ist jetzt bullish und die wird jetzt vermutlich auch in ein gewisses Retracement reinlaufen. Auf der linken Seite sehen wir Widerstandszone, da ist einmal das Top vom Mai 19, da ist eine Stufe drüber und jetzt das Top vom September 19, das sind etwa 85 US-Dollar. Das ist hier auch die 200er Extension, die müssen wir auf dem Schirm haben, 85 US-Dollar. Und dann ist hier natürlich noch der Dezember 19 und dann das Vor-Corona-Top bei etwa 115 bis 100 US-Dollar. Hier ist dann auch eine wichtige Zone, das ist dann hier der nächste Bereich, den ich für ähnlich wichtig erachte als hier die 58 bis 62 US-Dollar. Und falls Carvana hier ausbrechen sollte, dann gehen wir in Richtung ganz, ganz krassen Melt-Up, muss ich dazu sagen. Dann rechne ich auch damit, dass wir die Aktie wirklich hier weit oben sehen, in der Golden Zone im Bereich um 200, 250 US-Dollar. Wenn die Dinge komplett eskalieren sollten, wäre dann sogar mehr drin. Aber man muss sich das wirklich vor Augen führen. Hier ist ein Großteil prozentual, natürlich sieht das jetzt vom Kurs hier noch krass aus, wenn die da oben reingeht, keine Frage. Aber prozentual ist hier ein guter Teil der Messe gelesen. Also habt das wirklich auf dem Schirm. Das absolut extreme Schnäppchen, wie wir es wirklich am Tief gesehen haben, ist es aktuell nicht mehr. Was es jetzt allerdings ist, ist ein sehr, sehr spannender Titel, den man wunderbar auch traden kann. Wir haben hier die gesamte Chart-Technik drin. Das war jetzt eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Aufwärtstrend ist intakt. Die Rückkehr zum Aufwärtstrend war ein Kaufzeitpunkt. Der Breakout aus diesem Abwärtstrend war ein Kaufzeitpunkt. Du hast hier eine Aktie mit einer hohen Shortquote in einem Aufwärtstrend. Und das ist immer giftig, wenn du dann eben Supports kriegst und eben auch Breakouts gibst. Da hast du wirklich dann in der Regel relativ planbare Upside. Und das macht die Aktie dann durchaus interessant. Wir haben sie jetzt auf dem Schirm zwischen 85 und 90 US-Dollar. Ich würde hier mal mit einem Poolback rechnen. Muss ich auch mal einzeichnen, hier wirklich als Zone. Hier ist dann auch das 23er Fibo der gesamten Downside. Von hier wäre traumhaft. Das wäre überhaupt traumhaft. Habt das mal auf dem Schirm, Preis-Alarme-Bizze setzen im Bereich zwischen 58 und 62 US-Dollar. Wenn es einen richtigen Schweinemove gibt, kann sie sogar nochmal da reinkommen, wenn es jetzt gleich kurzfristig einen harten Dip geben sollte. Meiner Meinung nach, solange dieser Aufwärtstrend hier im mittel- bis langfristigen Bild intakt bleibt, ist Carvana ein Fall für beide Dip. Also Rücksetzer kann man sich dann durchaus anschauen, wenn sie Sinn machen, wenn sie Supports halten, was jetzt hier traumhaft wäre, bringt diesen Impuls jetzt zu Ende und kommt dann runter in den Bereich zwischen 62 und 58. Und wenn es hier auf diesem Aufwärtstrend eine weitere Berührung geben sollte, wenn wir diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wir schauen uns hier auch noch gleich das technische Target an. Ja, das geht genau in diesen Bereich rein, über den wir gerade gesprochen haben. Und wenn wir das backtesten sollten als Support, dann lade ich hier nochmal eine größere Position auf. Einfach nur als Trade, weil ich dann wirklich sage, diesen Breakout, den Backtest, den können wir uns dann kaufen. Und eine Aktie mit einer hohen Shortquote, die eben hier bullish in play ist, kann dann von hier uns jederzeit eben auch wieder eine Rallye zeigen. Und auch wenn der große Ten-Bagger dann vielleicht nicht mehr drin ist, ist so eine Rallye vom Support dann auch immer mal wieder gerne ein Verdoppler bei so einer Aktie. Carvana wird definitiv auf dem Kanal jetzt weiterhin eine Rolle spielen, finde ich klasse. Und jetzt vor allen Dingen hier mit diesem Breakout hochspannend, Pullbacks, die kann man sich definitiv hier anschauen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.